Gut, und dann sind hier die Dias. Oh, hier kommt es auch sogar ein. Man sollte aber vielleicht trotzdem hier mal zumachen. Nein! Oh, hoffentlich. Nicht, nicht sterben. Nicht sterben. Nein! Ach, Mann! So, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Minecraft Age of Engineering. Ich habe jetzt hier die Höhle gefunden, habe auch schon ein bisschen gefarmt und finde hier noch mehr Kupfer. Ist natürlich sehr praktisch. Das nehme ich jetzt alles mal ein bisschen mit. Ich bin noch ein bisschen weiter gegangen in die Höhle. Habe einen zweiten Ausgang gefunden. Und wir farmen jetzt noch ein bisschen Kupfer. Und da ist noch ein Eisen. So. Hier geht es natürlich noch weiter runter. Das ist schön. Aber uns kommt es im Moment hauptsächlich auch das Kupfer an. Und das gönne ich mir auch so richtig. Wir haben jetzt glaube ich schon bald ein Stack voll. Ja, 51. Und ähm... Ich habe hier auch so einen komischen... Wo war der? Ah, der ist auch noch Kupfer. Warte, aber... Ich glaube da war auch noch mal was, oder? Ne, hier war nichts mehr. Also da oben habe ich schon alles leer gemacht. Ähm... Ach so, und hier ist so ein Kristall. Weiß gar nicht, ob ich den... What the hell? Der ist komplett... Also den kann ich mir irgendwo hinstellen. Und dann habe ich mehr Power und so Zeug. Nehme ich mal an. Dann stelle ich mir natürlich in meine Basis. Oder vor meine Basis dann. Also hier ist Kupfer sehr ergiebig. So. Kriege ich den hier auch noch? Ohne zu sterben. Ach. Fuck alter. Schon wieder Nacht. Ich hoffe mal, dass es reicht, wenn wir hier hochgehen, dass wir da gleich zu Hause sind. Und wenn es jetzt natürlich ein anderer Berg ist, haben wir ein bisschen ein Problem. Ja, ich glaube da vorne müssen wir hin. Ah, hier ist unser Feld. Okay, alles gut. Äh, doch nicht. Komm, fall runter. Da ist noch ein Creeper. Und da ist noch ein Monster. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn ich hier mal ausleuchte. Sonst werden hier immer wieder Zombies entstehen. Und das ist vielleicht auch sinnvoll, dass ich zukünftig meine Base besser finde. Stirbt man. Oh, da steht... Oh, da sind Skelettern mit... Mit... Oh, fuck. Komm her. Warte mal, kann ich nicht... Kann ich nicht den Dinger hier aufstellen? Stirb doch! Ach, Glück gehabt. So. Das war jetzt schon mal erfolgreich. Aber wir sind immer noch nicht zu Hause. Nein! Oh! Bitte nicht, bitte nicht. Ich will nicht. Nein! Oh, fuck, Alter. Da kommt so ein Mini-Zombie. Weißt du, die Großen... Die Großen haben wir überlebt und dann kommt so ein Mini-Zombie. Und das Problem ist... Warum lecke ich jetzt so? Mein Ping war gerade richtig down. Ich muss sich gerade überlegen, was ich machen wollte. Machen wir jetzt ein Eisenschwert, wenn das geht. Irgendwie... Irgendwie ist das jetzt lahm. Ja, geht. Weil die Sache ist ja, dass die Mini-Zombies... Ne, das ist ein Großer. Boah, Alter, was die Damage machen! Okay, hab alles wieder gekriegt. Ähm... Ich weiß nicht, ob der hier mir hilft. Ich hoffe es zumindest mal. Ähm... So... Warte, dann müssen wir wieder sortieren hier. Die kommt ans Ende. Was ist denn das hier eigentlich? Jetzt, wenn ich so einen Kopf gekriegt... Ah, okay. Das sagt dir sogar alles, was du drin hattest. Warum aber nicht. Weg damit. Erinnern wir uns bloß an den Tod. So, Kupfer. 62 haben wir. Ich mach hier mal voll. Das tun wir weg. Ich hab hier halt noch überhaupt keine Ordnung drin, ja. Also ich denke, das seht ihr auch. Das kommt aber noch. Versprochen. So, Eisen. Einen Bogen haben wir gekriegt. Spider-Man! So, Kupfer raus. Ja, dauert halt alles. Und... Währenddessen... Ich glaub mal eine Nachricht schreiben. So, der Länge. Guck, wo haben wir jetzt auch genug? Hoffe ich doch mal. Wo ist das TIN hin? Wo ist das ganze TIN? Oh, Mann! Hier ist noch TIN. Wo hab ich denn das TIN hin? Hab ich das alles zu Bronze gemacht? Vollidiot. Ich brauch doppelt so viel. Ich muss halt drauf achten, dass ich einen Block rauskriege. Deshalb darf ich nicht immer mehr... Muss ich immer maximal neun... Dings da... Äh, nee, komm raus. Darf ich immer maximal neun Ingets schmelzen? Ach so, und jetzt krieg ich vielleicht das mit dem Casting hin. Aber theoretisch hab ich mir überlegt, könnten wir doch eigentlich durch das, dass wir Eisen haben, uns Eisenwerkzeug machen. Okay, das würde gehen. Ähm... X. Ähm... Eisenspitzhacke. 250 Durability. Diamant. 1.560. Okay. Ach so, und ich wollte gucken... Ja. Was wir denn brauchen, wie unser nächstes Edge. 1.560. 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 Hä? Vielleicht ist es richtig, dass da Lava rein muss? Ja, wir haben ja noch ein paar Lava Eimer. Wir kriegen das hin. Lava Wut. Aber wir haben ja hier gar keinen Cast. Wir müssen da Lava reinmachen. Searchbacks brauchen wir noch mal. Hallo. Wie kann ich denn da Lava reinmachen? So auf jeden Fall nicht. Vielleicht habe ich auch das falsche Holz. Und da hinten steht Fire Oakwood Planks. Oh gut, Planks. Oh gut, Planks. Oder keine Elektrik. Und der sagt doch hier ausdrücklich, Smeltery. Ich muss es da reinmachen in die Lava. Aber wie kommt die Lava in die Smeltery? Das ist unsere große Frage. Ähm. Können Sie mal weggehen da? Lava. Also wenn da Lava drin ist. Es gibt nur eine Art dieses Lava Wut zu machen. Ich könnte es auch mal mit Akazienholz probieren. Wenn ich davon überhaupt was habe. Habe ich aber nicht. Wie kriege ich denn denn Lava da rein? Nein. Nein, 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 nein. Verschwinde. Verschwinde, doofe Lava. Jups. Vielleicht, wenn ich den Crucible so hinstelle. Irgendwie. Da das reinmachen. Und dann da Lava oben drauf. Ich habe natürlich keine Ahnung. Deshalb probiere ich das einfach mal so. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Die Tech, die Tech, die Tech. Ich mag sie einfach nicht. Eine Axt haben wir auch nicht mehr. Nehmen wir halt die Schaufel. Ich glaube, ich werde mich eher mal einen Hausbau machen. Ja. Gucken wir mal. Ich brauche eher ein bisschen schöne Sachen. Und dafür. Warte mal. Der kommt mit. Den lassen wir da. Ähm. Wäre ich eher mal einen coole Spitzhacken. Oder einen Zaubertisch. Ähm. Ähm. Die Diamanten, die ich unten gefunden habe. Die werde ich, glaube ich, sofort mal holen. Dann. Ähm. Dann. Verlieren wir die nämlich auch nicht mehr. Wenn ich noch weiß, wo die sind. Ah. Doch. Die waren ja geradeaus runter. Die waren gar nicht so versteckt. Ja, das funktioniert. Äh. Muss ja ein bisschen Platz machen. So. Ach so, das brauchen wir. Hier noch ein bisschen Retschton. Gut. Und dann sind hier die Dias. Oh, ich kann sogar ein. Dann sollte man aber vielleicht trotzdem hier mal zumachen. Nein. Ich hoffe nicht. Nicht, nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Nein. Ach, Mann. Ja, toll. Schön. Ich weiß. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Geh weg. Mann. Musste das denn sein? Musste das wirklich sein? Ich bin extra schon ein bisschen zurückgelaufen. Da oben müssen wir, müssen wir, müssen wir. Also, was ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall machen werde, ist, ähm, Baustoffe für unser Haus farmen. Weil, das brauche ich. Und dann können wir uns nämlich das nächste Mal an den Hausbau machen. Und dann... Hä, Alabaster gibt's hier so viel! Redstone auch. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich das alles brauche. Äh, Basalt natürlich. Basalt gibt es hier viel. So, gut. Also, dann holen wir uns mal die Dias hier. Na, vielleicht mal einen verkackt. Fünf Stück haben wir trotzdem gekriegt. Könnte mal gucken, ob hier noch ein bisschen mehr zu finden ist, ist aber nicht. Okay. Gut. Gut, äh, das war's dann auch von der heutigen Folge. Ähm, ja, Castings kriegen wir einfach noch nicht hin. Ich bin wahrscheinlich zu dumm dafür. Äh, oder so ähnlich. Ähm, wir werden uns jetzt erstmal um den Hausbau, Spawnbau ähm, lauter solche Sachen kümmern. In der Zwischenzeit werde ich noch ein bisschen Baumaterial farmen, damit wir dann auch richtig bauen können. Und hier fehlt noch Stufen. Hier haben wir unsere Base. Dann wird man da vielleicht einfach mal noch das ergänzen. Hier schneiden schon wieder die Zombies. Hä? Ach so, jetzt dachte ich. Warte mal. Ähm, MB, nein. Okay. Ähm. Ist der jetzt weg? Ne. Okay. Okay, muss ich irgendwann mal gucken. Ähm. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kümmern uns noch um ein paar Ressourcen und Baumaterialien. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Age of Engineering. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder Abonnement da. Oh Gott. Das ist ein Wort. Alabaster. Das brauchen wir. Ähm. Bis dahin. Ciao.